Ich begrüße in Berlin den Philosophen und Künstler Bason Brock. Guten Abend, Herr Brock. Guten Abend, Frau Mendelssohn. Herr Brock, ein Foto sorgt für einen Skandal. Das Foto zeigt eine Männerfreundschaft, nämlich die zwischen Putin und dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder. Zarenbegünstigung, Geschmacklosigkeit, was meinen Sie denn? Ja, das ist nichts anderes als ein Zeichen unserer Verkommenheit, nämlich unserer im Westen, die Verkommenheit der Empörer, die nicht im Traum daran denken, ihr eigenes Verhalten so zu beurteilen, wie sie das Verhalten von Putin und Schröder beurteilen. Dann kämen sie sicher zu einer anderen Konsequenz. Hier ist gerade ein Staatssekretär aus dem Einflussbereich der Kanzlerin, der für die Bundesbahn zuständig war, in eine Sonderrolle übergewechselt bei der Bundesbahn. Da gab es ein bisschen Getue, aber sonst, was haben wir denn da zu beklagen, wenn Herr Schröder sich mit Herrn Putin umarmt? Haben wir wirklich nichts zu beklagen? Hier geht es nicht nur um Freundschaft, hier geht es nicht nur um Macht, sondern es geht eben auch, und Sie haben es ja gerade angesprochen, es geht auch um Geld. Es geht darum, dass diese Männerfreundschaft, wenn man es mal pointiert und zugespitzt ausdrückt, den Herrn Schröder reich gemacht hat. Wo geht es im Westen nicht um Geld? Ich habe noch nicht entdeckt, dass es hier irgendetwas gäbe, wo es nicht um Geld geht. Das sind doch alles heuchlerische Angriffe. Herr Schröder hat zum Beispiel im Hinblick auf seine Aussage, Putin sei ein lupenreimer Demokrat, dann vollkommen recht, wenn wir uns hier einen lupenreinen Demokrat wie Herrn Berlusconi in einem völlig rechtsstaatlichen, hohensprechenden Land wie Italien gönnen, hinnehmen und ohne ein Wort als Stammbelegschaft und Zeuge der Europäischen Vereinigung sehen. Wo ist der Unterschied zwischen Herrn Berlusconi und Herrn Putin? Herr Brock, wir sprechen über hohe Werte, wir sprechen über Freundschaft und wir sprechen auch über Verlässlichkeit. Wenn man Ihnen zuhört, müsste man sagen, alles Humbug. Natürlich ist Humbug. Und zwar löst es unsere eigene Position auf. Wir können uns selbst nicht mehr ernst nehmen in unserer Anklage, in unserem Lamento über das, was in der Welt an unrechten Dingen geschieht, und demokratischen Verfahren vorgenommen wird, weil wir selber den Vorwand dafür liefern, dass man uns nicht mehr ernst nimmt. Denn das, was wir den Herrschaften vorwerfen, praktizieren wir doch hier alles selbst. Was halten Sie von Herrn Epplers Gedanken, dass man also den Putin-Verstehern erst mal Recht geben muss? Dass man erst mal verstehen muss, bevor man anklagt. Aber muss man gleich Shampoos trinken? Muss man gleich sozusagen in ein lukratives Geschäft mit der anderen Seite gehen? Kaum ist man aus seiner politischen Position heraus. Also hier bei uns wird doch auf alles der Shampoos erhoben, sogar auf Beerdigungen. Also das spielt keine Rolle, ob Shampoos oder Wodka spielt keine Rolle. Es geht um die ernsteren Sachverhalten. Man muss zum Beispiel wissen, dass Kiew die Mutter Russlands ist. Denn der Kiewer Rus ist die von den Wikingern gegründete Keimzelle des Russischen Reiches. Das ist ja eine Wikinger-Erfindung. Rus hieß das Ruder am Wikingerboot. Und von diesem Wikingerboot Ruder hat Russland seinen Namen. Kiew ist also ein Garant dafür, dass dieses große Konzept des dritten Roms, des russischen Imperiums, überhaupt noch historisch gewürdigt werden kann. Wer weiß hier noch, was die Verpflichtung zum dritten Rom war. Wenn man Putin imperiale Gästen vorwirft, versteht man gar nicht, dass er selber in einem Sachzwang der Orientierung auf diesen historischen Gedanken leben muss. Sonst ist seine Herrschaft verloren. Es ist ein Sachzwang, der ihn selbst zur Erfüllung dieser historischen Denkform oder sagen wir Wirkungsform zwingt. Aber sogar so ein pragmatischer Mann wie Herr Steinmeier, unser Außenminister, ist doch entsetzt und enttäuscht, sagt er, weil eine so verlässlich wirkende politische Architektur wie die zwischen Europa und Russlands so schnell zusammengebrochen ist. Ist auf das alles kein Verlass? Das ist alles nur zusammengebrochen für die Leute, die völlig irreale Politik betrieben, die nie wussten, dass Politik nicht ein Wunschkonzert ist, sondern harte Konfrontation mit der Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist nur das, worauf wir keinen Einfluss mit unserem Belieben haben. Wer sich mal eben so schön die Welt zurecht, nach seinen Vorstellungen zurecht biegt, ist eben kein Politiker. Wer nicht damit gerechnet hat, dass jederzeit diese Konfrontation wieder auftaucht, hat überhaupt kein Recht als Politiker zu sprechen. Der kann einen Ortsverein für Behübschung von Gartenkonzerten führen, aber nicht die Politik. Es ist eine schändliche Blamage für die westliche Politik, für unser Verständnis hier, dass er mit solchen Argumenten glaubt, Herrn Putin in die Parade fahren zu können. Herr Brock, Sie sind ein so erfahrener Mann. Sie kennen doch das Konzept der politischen Männerfreundschaft. Wir haben ganz berühmte Männerfreunde auch in den letzten, sagen wir, 50 oder 60 Jahren erlebt. Das war Adenauer und Ben-Gurion, vor allem Kohl natürlich und Mitterrand, Wehner und Honecker. Wir Frauen sind da ein bisschen neidisch. Was ist das, was die Männer da verbindet? Und wie macht man das? Eigentlich die wechselseitige Erfahrung von Angst des Scheiterns. Man holt sich sozusagen Beistand vom Gegner. Denn Sie wissen, der Gegner ist nur der Freund in einer anderen Gestalt. Der Gegner arbeitet unter gleich den Prämissen wie man selbst. Hat denselben Zwängen, sich zu konfrontieren. Ist nicht frei in seinen Entscheidungen. Und diese innere Logik des politischen Handlungsdrucks muss man verstehen, um so jemanden wie Putin oder irgendeinen anderen Handelnden auf der anderen Seite, Obama beispielsweise, einigermaßen gerecht, das heißt zweckdienlich zu beurteilen. Und das fehlt uns hier. Es kommt mir hier vor, als ob Politik zum Wetterzauber geworden ist. Jahrtausende haben die Leute mit ein bisschen Brimborium versucht, die Götter zur Einflussnahme auf das Wetter zu beurteilen. Das ist keine Politik. Sondern man richtet sich darauf ein, dass man nicht nach Belieben das Wetter bestimmen kann. Und dann wird man mit Intelligenz, mit diesem prinzipiell nicht lösbaren Problem umgehen. Man wird Gesichtscreme und Regenkleidung entwickeln. Das ist die intelligente Form des Umgangs mit prinzipiellen unlösbaren Problemen. Mit dem, was sich nicht uns beugt. Was Wirklichkeit ist und unserem Lieben eben nicht unterliegt. Und das hat man vergessen. Die Blamage von 1989, von 1991, Untergang Sowjetunion, ist eben die, dass wir glaubten, auf die Wirklichkeit verzichten zu können. Alles geht, wir machen, was wir wollen. Die Welt ist unserer. Uns kummert nah nichts mehr. Wir machen Globalisierung. Wir zwingen jedem unsere Gesichtspunkte auf. Es wäre ja noch schöner, wenn irgendjemand wagen sollte. Ja, die Wirklichkeit selber wagt es. Die inneren Logiken, Gesichtspunkte der geschichtlichen Entwicklung, die sagen. Die Evolution selbst sagt es. Ja, ein Prosit auf die Wirklichkeit. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Brock. Vielen Dank. Ja, ein bisschen schnell.